moin sind liebe youtuber herzlich willkommen auf meinem kanal und ja ich weiß ich habe darauf gewartet auf ein neues video von mir das galt jetzt auch wieder los ich war jetzt beim mediamarkt und hat mir zwei sachen geholt einmal ein media book und einmal ein red bull was ich mir jetzt erstmal aufmachen werde und auch mal einen kleinen schluck trinken werde musik aus wegen copyright ja das habe ich mir geholt ich habe mir ein media book erholt obwohl ich am media box eigentlich nicht so gerne mag ab und zu geht mal 1 hier ein film von linda player hell night in der an cut version für 21 99 hier ohne zu spiegeln das cover sieht doch sehr sehr ansprechend aus hier hinten haben wir noch mal so eine kleinen inhaltsangaben das ding wird jetzt mal rasch geöffnet vorsichtig natürlich dass wir es nicht zerknicken wenn media markt schon immer was da hat an media books sowieso sieht das gute ding aus den blättern wir einmal rein hier haben wir die dvd und dann gucken wir uns mal das büchlein an was hier alles drin ist ich weiß das nicht wie lange ist die version schon draußen wenn das jemand weiß schreibt mir unten rein in die kommentare oder wer den film schon hat oder wenn im film schon gesehen hat schreibt mir unten rein in die kommentare wie ihr den fandet ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen die bilder sehen meinerseits vielversprechend aus ich weiß gar nicht wie viele das sind sehr süß aber was mir schon gleich auffällt dass das media book nicht gut gearbeitet ist hier nochmal mit aufgeschlitzter keele und dann haben wir hier die blu-ray und dann nehmen wir das ganze noch mal raus und gucken uns noch mal die bilder an wenn es denn ein durchgehendes cover ist ich glaube das nicht doch doch scheint durchgehendes cover zu sein mache ich das jetzt richtig genau hier kommt die blu-ray die blu-ray sieht auch nicht ganz so toll aus ich hasse das immer schreibt mir unten rein in die kommentare hasst ihr das auch wenn dieser blaue blu-ray rand da unten ist hast du das auch so wie die pest so wie ich also ich finde das macht so ein film billig und genau wie sowas ne sowas finde ich auch billig hinten sieht das media book ja nicht so toll aus ich weiß nicht ob ihr das hier so erkennt aber da sind die bilder so richtig richtig billig drauf das ganze ist rausgebracht von m sora sora classics heißt das so sora classics ja von von den entertainment habe ich glaube ich noch nichts gehört ich werde mich mal ja ich werde feedback geben wie der film war und ich glaube das wird der film sein den ich mir heute abend rein ziehen werde ich habe ja noch viele filme nachzuholen jetzt noch ein kleiner schluck und etwas meine lieben youtuber denn wünsche ich euch ein wunder klärchen bärchen wochenende für euch und ich schalte jetzt ab gibt bei einem video einen daumen hoch und schreibt unten was rein in die kommentare was euch gefallen hat was euch nicht gefallen hat rein